Alter, das geht ab wie zunder! Oh mein Parmonnaie ist drin. Hauptsache der Lack schmilzt nicht an deinem Auto. Jetzt um so zu spielen. Ja, warm. Ich glaub, wenn du ihn auf der anderen Seite stehen hättest, hätten wir ja... Dann hättest du den Gedanken machen müssen. Probier mal aus, fall mal hinter. Ja, warte. Dann mach die Lampen an. Fröder, du kannst hier gerne schlafen an der Nacht. Der Frieder will alles weggehen. Ist doch schön warm. Wie, du hast doch gerne eine Kanonehöhle gebraucht. Das war das Ding. Alter, scheiß, Alter. Jetzt kommt noch richtig in Gang hier, Alter. Halt mal fest. Orfort. Gut. Steig dir zuerst mal noch. UHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH stanie agenda konzern. Wir können mal testen, ab wann er in Flammen aufgeht, je näher du ihn ranlegst. Der hängt so seitlich vom Anhänger runter. Dann brennt das hier vorne, den kriegen wir gar nicht weg. Ich zieh den brennenden Ballen. Ich zieh den aus jetzt. Ich zieh den aus. Ich zieh den aus. Ja. Das war Jonas. Jonas seine, ja. Hat eigentlich einer Jonas da runter genommen? Jonas war noch ein Holz da drin. Das Ding ist männlich, Alter. Da sind wenigstens keine Stahlfedern drin. Wie im anderen. Das ist eigentlich mutig, dass das Stadtberger Auto hier steht, ne? Wieso? Tim nimmt's ja nicht mit auf. Bei der Hitze. Ich sag mal, das ist auch nicht fällig. Ich fahr gleich los an, der Mann. Ich verlinke dir. Dann gönne ich ihn doch das. Ja, dann gönne ich das. Zwei Euro. Wo ist der hinter? Boah, viel weg. 10 Millionen Firefly, ne? Kommt gar nicht warm da vorne. Aber der Ball schämt das gerade so ein bisschen ab. Schröder, mach mal so Feuer-Spiele. Ich finde, der bringt das gar nicht. Der reißt gar nicht weg den Strohball. What's up? Aua! Das ist so nass hier. Rutsch aus. Ja, ich kenne den nochmal herrauf, du. Hast du... Ich habe keine Stahlkappe? Da vorne ist trocken. Stahlsohle. Stahlsohle hast du. Ne, hab ich auch nicht. Ich hab nur deine Stahlsohle eben gemerkt. Ich meine, ja. Oh, der ist schon weg das arme Sofa. Ich stille ja noch. Auf dem Dreier, das könnt mehr. Schwerstverletzung schon. Wieso? Du hast ja nicht hören wollen. Klassiker. Das ist eine Brandklasse, oder? Wir drehen die Haut. Das ist gut. Ei, ei, ei. Das gibt eine Nabe. Rausschneiden die Stelle. Aber... Das gibt eine Nabe. Ich nehme Schlüssel, ja? Und Ulf kann immer sagen, das war beim Sofa-Brand. Ja. 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 Ja.